hey und willkommen zurück zu minecraft let's quest ja ich habe euch gesagt dass wir jetzt mal einen richtigen bauernhof bauen wollen auf den richtig schön angebaut wird so weizen und alles möglichen shit aber dafür braucht man platz ist mir jetzt im nachhinein aufgefallen den wir noch nicht so wirklich dafür haben da habe ich mir gedacht bauen wir das vielleicht irgendwo hier so hin das wird zwar noch eine übelste terraforming nummer aber wir fangen der folge erstmal an mit einer brücke die von hier darüber führen soll erst mal jemand inventar lernen und dann geht's los ich dachte dass wir da hier mal was edleres nehmen so super mal die brücke müssen aus diesen hübschen steinchen von hier bau mal die geratte ja warum nicht hier so gut so gut ich denke müsste das so eigentlich reichen So, dann hier so Bisschen Dreck hier, muss man nachsetzen Ok Oh, sorry Tut mir leid Wartet So, jetzt kann ich weitermachen, tut mir leid, sorry Gut Ich würde sagen, wenn wir so verfahren Hm, ne, oder so Genau Müsste das doch, ja Hinhauen So in der Art und Weise haut das auch hin Das geht Weitere Körmest Fehl Weitere Körmest So. 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 Gut. So. Mal gucken, wie das jetzt hier mit den Treppen gemacht werden kann. Oh shit. Problematisch ist das. Ich merke gerade, dass ich extrem zu leise bin und heute vollkommen still und nichts sagen. Das ist mal wieder voll scheiße von mir. Tut mir leid. Was könnte denn ein gutes Thema sein für diese Folge? Jo. Hey, kennt ihr Fische? Ja, da sind die Dinger da, die in Wasser rumplanschen. Und die tatsächlich nicht hochkommen, müssen sie in Luft holen. Und ja, im Grunde genommen sind sie alle ertrunken. Fische sind nice. Ich finde Fische cool. Wie findet ihr Fische? So. 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 so 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 jetzt noch so kleine i-tüpfelchen die brücke gefällt mir boah ey rukelt das gerade ein bissel ja die ist geil so dann noch ein bissel des weges so okay jetzt könnte ich mal so Gedanken machen also ich nehme an wir könnten den Weg einfach so lang bauen wir würden dann noch hier so unten hin die Felder bauen die wird geil übrigens werden dann könnten wir hier sowas wie das riesengroße Farmerhaus hinbauen ich würde sagen wir fangen mit dem Feuerzeug an wo der Mensch hinkommt es gibt nur Zerstörung 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 was hat der Mensch nur für Probleme so genau so hier müssen wir noch ein bissel ich habe gerade gedacht bei den Keys oh nein das ist doch nicht unser Weg das wäre scheiße gewesen aber der Weg ist ja ganz woanders so 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 Terraformen der menschlichen Art ja ähm und hier möchte ich halt jetzt sowas wie das riesengroße Farmerhäuschen hinbauen ähm ja so ein riesengroßes Hütchen das könnte sich auf ein paar Folgen ziehen aber damit möchte ich unbedingt unbedingt beginnen so 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 also hier so der Weg lang kommt da die Hütte drauf hm so 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 ich glaube ich baue die Hütte so auf zwei Steine erhöht durch diesen Dreck damit man diese ganze Kack weg hat damit man diese Kack dann hin fangen wir mal mit ein bisschen Terraforming jetzt noch an so 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 grüße grüße bin ich mir noch nicht schlüssig grüße bin ich mir noch nicht schlüssig so so ja nicht ganz fertig aber so tschüssi bis zum nächsten mal das war es schon wieder vom Minecraft let's quest schön wär's wenn ihr mir ein Däumchen geben könntet nach oben also wenn euch das Video gefallen hat aber wenn nicht dann halt einen Daumen nach unten aber ich mag die Daumen nach oben ähm richtig cool wär auch noch wenn ihr so freundlich wärt und noch mehr Videos auf meinem Kanal anguckt wie zum Beispiel eins meiner Tutorials die ihr jetzt oben links sehen könnt auch verlinkt und oben rechts könnt ihr jetzt auch noch meine Cubeboard Let's Play sehen ähm unten sind auch die Pfeile für die vorhergehenden und nachgehenden Folgen von Minecraft Let's Quest ich hoffe es hat euch gefallen tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.